So, herzlich willkommen hier an Bord. Mein Name ist Sarri, ich bin der Busführer und ich wünsche euch viel Spaß bei der Abwasserfahrt. Ich hoffe, ihr seid gut drauf und habt gute Laune. Lasst mich die Hände sehen. Locken los! So, wenn ihr gleich nach rechts schaut, bekommen wir noch eine Erinnerungsschule. Ja, das ist gut drauf. So, Leute, wir kommen gleich an einer Stelle ins Minimiter zur Stelle. Da kommen wir zu unserem Banana Show und da fahre ich nur für euch ganz langsam durch, ganz langsam. Ganz langsam. Ich fahre extra langsam. Schön, oder? Aber ihr braucht keine Angst haben, das war nämlich alles. Da bin ich nur bei mir, wenn ich vorbei fahre. Komisch. So, Leute, wie schaut ihr aus? Habt ihr dann Lust, etwas schneller zu fahren? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt machen wir ein paar, was ich spiele. War keine Absicht, war keine Absicht. Aber ein Haar ist noch, ein Haar ist noch. So, jetzt machen wir ein paar, was wir jetzt erst aufgemacht haben. Da haben wir es. Das ist immer wieder schön. Wie lange fotografiert keiner. Das ist immer wieder schön. Wie lange fotografiert keiner. Das ist... Mach! Jawel! Didiga! believing das ... Kraniaxen, Kraniaxen.